Bist du eigentlich offiziell immer noch Botschaftergattin oder nicht mehr? Das ist wie als Präsident aus den USA. Einmal ein Botschaftergattin, immer ein Botschaftergattin. Moment, er hat dich verlassen? Er hat eine andere Frau gemacht, Schwänger. Ich habe Thomas für James verloren und das war für zwei Jahre. Dieses Kind, was aus dieser Schwangerschaft entstand, ziehst du jetzt auf? Klar. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Kopf an Kopf rennen wird.